So, jetzt haben wir hier 2 Seeds die ich für dich noch reinlitche, einmal das, das ist eine Suppe. Allerlei, du, 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 du. Eisen. Oh, ist voll! Na, die Dingskiste. Ich muss dann wirklich neue Kisten bauen. Hä, warum sind die alle empty? Ist ja Mist. Ach, warte mal, ich hab doch Spiritus, ne? Wir haben Spiritus, ich kann Sprit auffüllen. 200 Sprit, immerhin, ne? Okay, jetzt wollen wir eine Forge bauen. Die hier. 60 Erde, die Erde muss ich nochmal holen. Eisenrohr haben wir. Blasebalk. Schreierin. Sorry. Ha! Okay. So, Blasebalk. Also, 3, oh. Okay, die Eisenrohre sind dann alle. Klebeband ist alle. Fünf Nägel. 20 Leder. 20 Leder. Wow, es ist dann vieles. Alle. So. 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 Jetzt müssen wir das noch. So. Who, what's gonna take me here? Oh ja, die brauche ich dann. Wo schmeißt du herunter? Oh, da hinten. Ne, vergiss es. Zergiss es. Dann werde ich auch bald einen neuen Conjura bauen. Oh. Mist, der war voll. Hier wollen wir die erstmal in der Tasche. Ich gehe mal gleich neue Kisten bauen. Ein paar gehen. Jetzt wollen wir noch nehmige Erde. Ich habe Stille gefunden. Ich habe wieder einen Tarp gefunden. Ich habe Dill gefunden. Ich habe einen Autokühler. Ich habe einen Autokühler. Ich habe einen Autokühler. Dann werde ich damit auch gleich was machen. Personal Walk Bench. So, und die Forge baut. Schuhe. 31 Polymer. Ja, die Eisenkiste ist hochvoll. Schuhe. Da. Zink. Die ist da, wo sie vorher war. Ich stand doch hier. Nee. Da. Da. Links. Moin. Also muss ich die Omni-Extrakt. Also Omni-Extrakt. Ja, du hast noch einen Wecker. Mal kurz gucken. Die Schuhe. 20 von den Dreiern. 20 von den Dreiern. 20 von den Dreiern. 20 von den Dreiern. Brauche ich 20 von den Omnis. 20 von den Omnis. Genau. 20. 20. 20. 20. 20 von den Dreiern. 21. 20. 21. 20. 22. 21. 21. 21. 22. 22. Du kannst eine Farming Barrel bauen, oder wir? Ach ne, das ist in Storage, richtig. Ah, okay. Ah, hier, die hier. Haben wir denn ein paar Hingis? Oh ja. Ich werde mal wirklich Kisten jetzt bauen, 19 Stück. Wollen wir einen Nägel? Haben wir denn noch Nägel? Naja, wir werden die immer mal brauchen, oder? So. Ja, dann werde ich kurz hinfahren und ihnen den Auftrag geben. Haben wir dann bald Essen wieder, oder so? Äh, wie sieht der Komposter denn aus? Okay, 14. Mache ich. 14 ist okay. Wie lange dauert das? Können wir warten, zwei Minuten. So, hier steht eine Holztruhe, die ich nie gelootet hab. Hä? Die Kartons hab ich auch nie gelootet, sicher? Oder ist das respawn? Ne, ich hab das echt verwirrend. Ja, aber ich spawne jetzt aus. Mal sehen. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Oh, ein Rucksack für dich. Können wir deinen Inventar größer machen. Oh, noch ein Rucksack für dich. Können wir deinen Inventar größer machen. Okay. Sign. Ach, die kann ich an der Parse, ne? Perfekt. Ich mach diesmal Schilder an die Kisten, weil da du nicht siehst, was ich aufschreibe, ist das blöd. Und wenn du sie jetzt leer gemacht hast, kannst du abbauen. Ja, da kommt ja eine Wand hin. Die sollen ja da weg. Und dann sind sie kaputt. Wollte nicht, mal gucken, was du wieder bekommst. Mal gucken, wie viele Tarps wir haben. Nach vier hab ich gebraucht für den Kompass, aber ich hab, glaub ich, wieder zwei gefunden gehabt. Kriegst du wieder. Na, dann passt sie. Kannst du mir ja zeigen, wie sie entstehen wollen. Ich würd die da beim See an die Hauswand bauen. Oder? Ja. Na, See. Und dann Angelpuff. Angelpuff. Hier steht mein Forge-Tunner, ne? Ja. So, dann können wir jetzt nämlich auch Rahmen bauen. So. Dann haben wir hier die Forge. Die da kann aber weg. Dann können wir nämlich langsam mit dem Einräumen beginnen. Dann nehme ich mir gleich wieder Bienen mit, ne? Hier werden die ganzen Kisten hinkommen. Forge. So. Na komm. Nicht wuckeln. So, komm mal her. Wo bist du da? Hier? Ja. 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 Na, dann war er zu niedrig, oder? Das waren 80 Jahre. Dann hast du ihn zerlegt aus Versehen. Nein, ich hab er hier aufgeboren gedacht. Dann machen wir halt einen neuen. So, dann steig ich die Bienenlinge gleich wieder auf. Helmung. Hier so an die Wand? Ja. Ist egal, wie rum die stehen, ne? Ja. Genau, sehr schön. So. Wollen wir mal ein bisschen Holz. Achso, das haben wir fertig. Jetzt fehlen noch die Dreier-Omnis. Und zwar... Zwölf. Die sind fertig. Da können wir jetzt die Bomben bauen. Oh, ist das so wenig? Ach nee, die hab ich ja in der Tasche. Okay. Das war ein Rucksack. Achso, jetzt muss ich ja noch... Vielleicht hätte ich das Lightning Powder 3, ne? Dann müssen wir sie noch mehr zumüllen, ja? So. Was passiert hier? Okay. Daher konnte ich gerade eben nicht die Dreier-Potion-Bombs bauen. Ach, da steht 2, aber es ist 3. Okay, ich brauche Lightning Powder 3. Hau rein. So. Dann machst du das jetzt erst mal. Die sind fertig. Dann machst du mir jetzt bitte... ...den hier. Okay, wir kommen ja voran. Rahmen. Das klingt, als hättest du ihn repariert. Achthaltbarkeit weniger. Dann hat er den aber nicht angezeigt. Dann kann ich genau abbrechen, oder? Ja. Vielleicht hattest du noch was in deiner Herstellungs-Cue, dass er verspätet kam. Irgendwo ne? Oh, gut. Dann haben wir mal wieder was essen hier. So, jetzt kann ich weiter Holz hacken gehen. Fangen wir jetzt einfach mal wirklich an. Wir nehmen das jetzt hier raus. Keine Angelblei gefunden, ja? Hm. Geh ich mal in eine andere Richtung? Eisen. Eisen ist nicht gegessen, aber ich fühle mich nicht. Machen wir jetzt... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Jetzt kommst du. Das ist ja schon fast einmal rumgemacht. Hier haben wir ja schon umgehegelaufen. Und das. Genau. So. Eisen. Machen wir hier Messing. Blei. Schrapp-Polymer. Schrapp-Polymer. Und Kohler. Schrapp-Polymer. Okay. Was machen wir drin? Hm. Ich glaube Glas. Kommt hier jetzt. Kommt hier jetzt. mal hier noch Erd und Sand. Ich glaube die bekommen eigene Kisten. Schrapp-Polymer. Ne. Machen wir eigentlich keinen Sinn. Was kann man da jetzt noch rein machen? Lassen wir es einfach so. So. Machen wir hier Stein rein. Okay. Okay. Und dann erstmal los. Schrapp-Polymer. Schrapp-Polymer. Also. Schrapp-Polymer. Eine Radkappe. Woher? Mit dem Autoreifen, der auf der Straße lag. Aber einer wurde gesehen, dass da eine Felge drin ist. Hm. Stein. Sand. Dann kommen hier die Werkstoffe hin. Pflastersteine. Wenn die gut mal dann irgendwann schneller machen. Mach ich jetzt gleich, hm? So. 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 Und hier fangen wir an mit. Allerlei. 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 Das. Dann das. 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 Mal gleich wieder neu starten.